Das ist die Mailbox von Lidia und Lima. Wir sind derzeit nicht erreichbar, weil wir uns aktuell in Vollzeit auf einer Europatour mit unserem Wohnmobil befinden. Wenn du mit uns in Kontakt bleiben und die Reise mitverfolgen möchtest, hinterlasse uns bitte unten eine Nachricht. Hallo, wir sind wieder hier zurück. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Strand erkennt, aber wir sind wieder hier backt, weil wir müssen die ganze Woche arbeiten. Wir waren im Nordosten der Insel. Ne, wir wollten in den Osten der Insel, aber es war viel zu weit weg. Wir haben überlegt, nach der Arbeit am Freitag wieder mit der Fähre aufs Festland zu fahren und das wäre eine Reise von fünf Stunden oder so. Und nach der Arbeit dann nochmal diese Strecke zu fahren, irgendwie gar keinen Bock. Also hier war es ganz geil und wir haben uns einfach dann dazu entschieden, hier wieder in den Süden der Insel zu fahren. Hier halt die Woche zu verbringen. Am Meer, super Parkplatz, kann man schwimmen gehen, Workout, alles easy hier. Deswegen bleiben wir jetzt einfach hier und genießen einfach so gutes Wetter und arbeiten. That's it. Wer braucht einen Geschirrspuller, wenn man den hat? Et voilà. Wir genießen heute den letzten Sonnenuntergang. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ja, wir fahren gleich nach dem hier, der Sonnenuntergang. vorbei ist. Morgen Feri. Fähre? Morgen Feri, ja. Morgen Abend aber erst. Ja, und es war schön hier mit Greta. Es war nice. abajo. Ich hab mir was. nooit mitge�� deactiviert. Gut. Musik 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 sehr gut guess where we are going you wanna say that? according to Dima to sea stones more stones yes ich bin alleine reingekommen weil wir haben geguckt es kostet 15 euro das eintritt und es ist zu teuer Dima wollte sowieso nicht reinkommen wir haben uns entschieden ich komme alleine am ende waren 8 euro aber ja für mich war wichtiger hier rein zu kommen weil als ich klein war habe ich immer die griechische mythologie geliebt ich habe immer davon gelesen und hier in der Knossos Palace schloss gibt es so ein myth der Labyrinth des Minotaurus war hier entstanden deswegen wollte ich die Lage checken sorry für mein deutsch schlecht geworden weil ich nicht mehr dort wohne und Dima spricht auch also aber hoffentlich habt ihr alles verstanden und da ist Dima wartet auf mich hello es war langsam Zeit es war langsam Zeit Düffli zu waschen es war so dreckig aber es wird wie neu aussehen es war so dreckig aber es wird wie neu aussehen wir sind bereits auf dem Schiff mal wieder jetzt hoffentlich aber wirklich das letzte mal weil gar kein bock mehr und was krass passiert gerade eben wir sind aufs Schiff gefahren und mussten dann nach oben und haben genau den gleichen Platz zugewiesen bekommen sogar wie letztes mal aber der Einweiser war ein anderer er hat uns ein bisschen eingewiesen er hat nicht richtig geguckt auf der einen Seite und dann sind wir mit der Halterung vom Spiegel das ist so metallisches Rohr sind wir dann an so einem Metallpfeiler hängen geblieben 100% seine Schuld weil die sind dafür da zum gucken dass man gescheit sich hinstellt also hat er mir gesagt weiter nach da weiter nach da ich fahre weiter aber halt wirklich bisschen bisschen weiter nicht gleich volle Pulle ich fahre und fahre weiter 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 und dann sind wir mit dem Spiegel hängen geblieben hat sich angehört wie das Auto komplett geschrubbt wäre jetzt Schock immer noch ja wir sind noch gestresst aber zum Glück ist nichts passiert ein kleiner Kratzer auf dem Rohr wo das befestigt ist sozusagen aber ja noch was zu sagen? nichts nein ich will schlafen es ist 6 Uhr ich bin zu müde heute da das ist das das ist ist das ist das ist Hallo 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 Joar nicht so gut geschlafen heute Nacht wieder mal Schiff hat ein bisschen minimal gewackelt heute Nacht ein bisschen Titanic Titanic Feelings alle haben geschrien wieso ja es hat mal einmal kurz geknallt halt ne aber so schlimm war es jetzt auch nicht dass man hätte so schreien müssen fand ich bin halt aufgewacht kurze Augen aufgemacht geguckt ist noch kein Wasser da bin ich wieder schlafen gegangen du hast mir die Hände gegeben so ich hab dich beruhigt einfach so dass du chillst alles unter uns ich hab alles unter Kontrolle dir Hand gegeben dich kurz beruhigt und dann haben wir weiter geschlafen die hätten uns schon geweckt wenn irgendetwas Schlimmes passiert wäre aber es hat die ganze Zeit gewackelt die Leute es war Freitagabend die Jungen es war so voll mit jungen Leuten die haben alle rumgeschrien gesoffen wahrscheinlich keine Ahnung aber halt rumgeschrien die ganze Zeit das war das war nicht mehr normal da haben die Ohrstöpsel und die Kopfhörer obendrauf fast nichts gebracht das war schon krass krass action war heute Nacht auf jeden Fall und ich bin halt irgendwann um 12 oder so ins Bett aber wie gesagt 100 mal wach gewesen das war einfach geil wir sind jetzt in Arachowa oder Arachowa ich weiß nicht wie und eine Skistadt Skistadt mit schönen Balkonen und reiche Leute kommen hier da sind die rich peoples und wir weil wir reiche sind in deinen Birnen beschreib vielleicht aber nicht auf deinem Konto Bohtt ist die du bist du von Untertitelung. BR 2018 Improvisation. Quick stop. These views. Quick stop. 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 Quick stop.